so wir sind tatsächlich live heute zusammen mit dem pyro dragon einen schönen guten haben wir wollen ein bisschen shootern hast du gesagt ja genau weil feuerwerk kann man ja immer und überall und da ist heute mal abwechslung angesagt schauen wir mal wieder zu wird ja denke ich auch dass es gut wird bin gespannt wo müssen wir hin warte mal lass mich mal kurz überlegen in die theatersiedlung müssen wir schon so lange herne ja mit m hast du die map ok dann habe ich spiele mit dem controller ach so nee da kenne ich mich nicht mit aus ich bin maus und tastatur ja deshalb bin ich ja das aiming monster also gut da müssen wir zu fuß laufen dann ist das ich brauche ich brauche immer so zehn minuten länger zum anvisieren kannst du also ich kann gas geben sozusagen ich bin ja auch mehr so haut drauf ne ja was hast du das schon so eine schöne knarre immer ja ich sag doch ich bin level 2 und ich habe auch schon ein level 2 bin ja auch da gehst doch schon runter schießt schon einer du ja ja da kommst du noch mit ja ja sicher sicher grüner nut naja den muss man das grün ich habe weiß posten ja so dann wollen wir mal weiter ja wie gesagt das war früher schon so dass der host irgendwie immer besseres material gekriegt hat warum auch immer das kann ich dir auch nicht sagen was war das gerät warte mal weil wir haben ja auch hier diese funk teile naja jetzt muss ich kann mal gucken wo ist denn das irgendwo da guck mal hier ich komme da bin ich so mit das an ja also die basics die habe ich noch so halb drauf okay halb wohl merkt ja warte mal kurz so sind wir auch bereit müssen den menschen auf twitter auch sagen dass wir live sind also wo da du bist der blaue punkt wahrscheinlich ne ja ich bin schon der ober noob ja das bitte glaube ich jetzt zum verhängnis ja wie gesagt ich habe schon durchgespielt bis die black task kam die haben mich dann fertig gemacht ja ich habe die new yorker wurde gegen china spiel kämpfen muss so weit war ich noch gar nicht naja also black task mit ihren ganzen drohnen und alles die haben mich da fertig gemacht hat gibt es gar nicht das war eigentlich relativ lustig lustig ja aber irgendwann war mehr frust naja ja das ist klar wollen wir so alleine bis ja ich muss auch sagen ich habe es auch mit einem kollegen zusammen durch gespielt so einem monsters zurück hier erlebt ja noch warum stehen auch lange so weg ist er ja ich habe irgendwas an militär ich weiß ich habe eine drohne war denn hier noch mal nachladen ja das ist schon lange ja also ja wie gesagt ich bin maus und tastatur spieler ja alles war da sie ist damit man auch stylisch über die mülltonnen kommt ja klar ich weiß aber kommt mal hier man konnte auch überall in die häuser rein und so gut zu ja genau jetzt hast du das gar nicht gesehen was ich hier gemacht habe über die warte ich gucke mal ob ich das noch mal hinkriege haben wir da wieder höchstchen aber dreckig weißt du müssten doch auch gleich da sein oder ja ja wir müssten gleich da sein noch 150 meter kommen zeichnet körper na er will nicht wie er will nicht wirklich aber schon unterstützung Oh, 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 oh. So, boom. So. Ah, ja. Down. Ey, den hab ich gar nicht gesehen, ne? Ja, kannst du mal sehen. Den hab ich gesehen. Weil ich auch auf die Kamera geachtet hatte. Ah, an Echo. Ja. Die Echoes, die fand ich immer so ein bisschen über. Ja, die find ich ein bisschen überbewertet, sag ich mal. Ja, also das ist so. Die hätten sie weglassen können. Ja, das fand ich jetzt auch nicht so besonders. Nee. Die ganzen Einsammeldinger, die sind teilweise echt hart zu finden, muss ich sagen. Ja. Ja, ich hab bei meinem großen hab ich noch einen Teil, da komm ich überhaupt gar nicht dran, ne? Das ist so übelst versteckt da drin, ne? Ja, da hatte ich auch eins, wo du dann durch die Kanalisation muss und dann einen wieder höher und, äh... Nee, bei mir war es, dass ich, ähm... irgendwie auf dem Dach hoch und dann, äh, oben so'n, so'n, so'n... Oh, wie nennt sich das? Ach ja, wir müssen ja hier hoch. So'n Seilzug oder sowas? Ja, genau. Ey, nicht auf der Treppe stehen hier, du. Ich hatte auch erst überlegt, zu switchen auf Horror, aber dann hab ich mir gedacht, nee. Nee. Heute ist ja quasi nur mit, äh, Not-Setup wird hier gestreamt. Ja. Meine Webcam ist abgeraucht. Oh. Ja, die meinte bei Seven Days sich immer verabschieden zu müssen. Ja. Jetzt hab ich hier so ne 30-Euro-Billow-Cam. Naja, ne, ist, äh... Man sieht mich, der Schneemann spricht, ist alles gut. Ja, das stimmt. Ich wollt grad sagen, wo bist denn du? Du, wir müssen hoch. Ach da, ja, 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 ich komme. Ja, ey, du weißt doch, ein bisschen Orientierungsproblem hab ich hier noch. Ja. Alles gut. Oh, ich weiß, hier gab's noch tausend von Nebenaufgaben, ne? Ja, ja. Willst du mit Odessa reden? Wollen nicht, aber hilft der Geschichte, ne? Ja. Ne, da hab ich hier teilweise Nächte davor gesessen, ne, und meinen großen so hoch gebaut habe. Ja, ich lass da auch lange vor, also... Angefangen hat das... Also, wie gesagt, ich hab ja 3D-Ego-Shooter, ähm, damals das Unreal Tournament schon gezockt. Oh. Da gab's die Online-Version ja dann auch, äh, anschließend als Upgrade. Aber diese verfluchten ja eh nicht. Da bin ich überlegt. Wir haben damals mit, äh, Quick 2 haben wir angefangen. Oh. Ja. Auf der PS1 mit einem geteilten Vierer-Bildschirm. Das war... Ach du heilige, Alter. So, jetzt haben wir die erste Aufgabe. Da wir beide nicht mehr die jüngsten sind, kann ich ja sagen, äh, Wolfenstein. Natürlich auch früher auf einer Kugel. ja, 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 ne. Oh. Wolfenstein, ey, was hab ich das gemacht. Das war ein Highlight. Ja. So, ich seil mich mal ab hier. Ja, ich komme. So. Gib uns Action. Dann komm mal mit. Ich komme, ich komme. So. Ah, genau. Sag mal. Hier gibt ja eh noch nichts Neues. Äh, nö, hier noch nicht. Ich muss erst mal gucken, wie man hier die ganzen Waffen wechseln konnte. Ah, ne. Oh, zielen. Ah, viereck war's. Äh, Dreieck. Ja, das ist bei mir das einfachste. Ja, ich, äh, sollte mir vielleicht langsam auch mal angewöhnen. Ja. Der ist vom Vorteil. Wenn du wirklich, äh, 3D-Ego-Schutter spielst, kann ich das echt nur empfehlen. Alleine wegen dem Aiming, ja. Ja. Och, ja, komm. Hotel Greg Washington. Ja, ne. Voila. Jawoll. Jawoll. So, da hab ich denn meinen... warte, 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 warte. Ja. Ach, du hast sowas. Ja, sicher. Ja. Gehen wir zum Atrium. Halt. So, äh, so, äh, Granaten werfen ist bei mir immer eine ganz schlechte Idee. Ja, das ist kein Problem. Ich weiß nicht, ob du die Seven Days Videos gesehen hast, ähm. Hä? Die verfolge ich, die verfolge ich alle. Ja, ist, äh, ist immer ein Highlight. Ja, so, wenn ich muss, dann okay, aber ich versuche zu umgehen. Ja. Boah, haben wir Billo-Knarren, du. Ja. Den sieht man dahinter gar nicht, du. Ja. Ja. So, jetzt rein da. So. Sehr schön. Ich weiß, es gab ja einen, war das der Endgegner, oder war das, der mit einer Kettensäge auf die Zuge ran kommt? Nee, das ist, äh, das ist, äh, nein, das ist das hier nicht. Doch. Hier hast du kein Ketten, nein, hier hast du kein Kettensägen. Das waren doch irgendwelche Spezialbosse, oder? Nein, 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 nein. Hier hast du nur reine Agents oder Black Tusk, Hyäners. Kam die nicht später noch irgendwie mit Zusatzaufgaben oder so? Nein. Bin mir jetzt unsicher. Ach, das, das kenne ich doch auch noch hier. Na ja. So. Der Mann am Maschinengewehr ist weg. Ja. Ich glaube, du stehst echt scheiße, ne, wenn die Granaten kommen. Ich sehe gar nichts mehr. Wir haben heute irgendwie Nebel angesagt, du. Der musste die Nebelmaschine mal ausmachen. Moment. Der bewegt sich aus, wenn er gesoffen hätte, also. Könnte auch da ran liegen. So, kabumm. Äh. So, noch einer weniger. Ach, da kommen noch mehr. Bist du schon da oben? Ja, ich bin hier oben. Näh, der rennt immer weg, ey. Ja, irgendeiner muss ja deinen Arsch retten hier. Ja, ist ja nicht so, als wenn ich die Tolle Noob bin, ne. Nein. So. Alles aufgesammelt? Maske. Ja, ich würde gerne noch mal ballern, aber, ne, komm. Der Kollege hat mir damals dann, äh, Left 4 Dead, äh, Ja, dann habe ich hier auch noch irgendwo. Und, äh, ja. Warte mal, warte mal. Kiste. Die kenn ich noch. AK. Ja, guck mal. Plündern wir mal alles. So, einmal aufräumen hier. So. So. Guck mal. Er erkennt die ganze Zeit. elektronisches Gerät. War das nicht hier irgendwo in der Toilette oder so? Äh, bin ich jetzt auch gerade. Ach, Schlüssel haben wir noch gar nicht, ne? Das ist so ein Shit. Nein. Ja, da liegt schon eine Kiste von den Hyenas. Ah, die Hör, ja. Äh, hier. Wo? Wo? Da. Ja, ich komme. Muss wieder zurückkommen. Hier, auf dem Tisch. Hatter. Hatter. So. So, mal aufhören, bitte. Ein bisschen an Ghostbusters hier. Ja, hat was. Wo die da in dem Rest, äh, in dem Dingens, in dem Hotel da zugange sind. Ja, 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 ich weiß wo. So. So, dann stellen wir uns mal hier. Hier haben wir unseren ersten Fetti. Ah, ja. Eins. Oh, Tschüss. So. Was ist denn du? Äh, hier vorne am Balken. Ach, au, au, au. Wer schießt denn hier? Ey, ey, das ist nicht lustig. Irgendwo oben. Ich gehe mal nach oben. Oh. Jetzt sag nicht, du bist platt. Nein. Ich, äh, habe gerade... Ach, das ist dein Geschütz da. So, reicht mir jetzt. So, jetzt habe ich auch die Faxendicke hier. So. So, boom. Ja, boom. Sehr schön. Also, jetzt hatte ich selber mal die Faxendicke hier oben. Ach, da oben bist du. Ja, Oh, ein bisschen Munition hier. Ah. Ah. Oh, warte, ich muss mal eben meine Drohne hier wieder bretsch. Äh, vielleicht brauchen wir uns ja gleich nochmal. Ja. Machen wir ein bisschen langsamer, meine Drohne, mein, äh, äh, Dingens braucht, äh, 16 Sekunden. Ja, 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 kriegen wir hin. Kann ich mal gucken, ob ich die auch ändern, umändern kann, auf einen anderen kann, äh, 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 hab ich denn hier noch schönes? Oh, ich hab ne Pamke an, guck mal. Ja, aber das kannst du vergessen. Bam, bam, bam. Nein, ich bin kein Spielkind. So, können wir? Jo. So, jetzt, äh, nur mit Billo-Knarre hier, pass mal auf. Das gibt totales Chaos hier. Nein, nicht. Gabel. Was denn? Ey, den hab ich mit der Knarre dabei gespielt, ey. So, mal ein bisschen die Headshot, äh, Quote hier erhöhen. Ja, das dauert mir aber zu lange. Mein Gott. Oh, wenn Twitch statt hört, du. Oh, 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 oh. So. So, dann haben wir, die Seite auch erledigt. Ja. Oh, dann nehmen wir den Fahrstuhl. Ja, ich bin einer, der, äh, so richtig schön nach vorn an die Front rangeht. Ja, kenn ich. Aber am liebsten hab ich dabei einen Holzknüppel in der Hand. Ne, ich hab dann lieber die Waffe dazwischen. Äh, ja, jetzt in dem Spiel schon, aber das, äh. Das Schlimme ist, ich geh auch meist als Erster drauf. Nö, das nicht. Das ist bei mir nicht der Fall. Hä? Ja, zieh! Äh, du hast doch gerade auf. Ja, nicht gefrühstückt hier. So. So. Kiste. Nehmen wir mit. Ja, klar. Munition drinne. Munition wichtig. So. Voll bepackt mit schönen Sachen. das ist ne, oh, ne. Gehen, äh. So, einfach mal rein hier. Ah, ah. Na, okay. Das haben wir nicht kommen sehen. Na, na. Gut. Oh, zack. Warte auf. Na, ist noch einer weniger. Da hinten versteckt sich noch einer. Ja. Ach, der ist schon wieder da, ey. Ja, klar. Ich hoffe, ich finde auch den Perk, wo man, äh, 28 Mal so schnell nachlädt. Ach, du bist das. No. Ich muss auch. Ich tausche mein Bier gegen O-Saft, ey. Guck mal, ob du's. So. Das können wir weiter. Hier kommt nichts mehr. Äh? Hast du nicht gesagt, da kommt nichts mehr? So. Na. Er ist doch hier nicht umsonst, oder? Äh? Ha? Aha. Schau an, guck. Ah. Uh, dicker Koffer. Ja. So, lass mal kurz gucken. Guck mal. Klack, klack, klack. Hm. Nichts weltbewegendes. Ja, ich guck mir das alles immer nach der Mission an. Ja. Jetzt gleich wird's richtig interessant. Ja, da versteckt sich hinter der Mauer, der Sack, ey. War da nicht grad noch zwei? Nein, alles erledigt. So. Gar nicht so schlecht hier. So kann man sich auch mal Zeit lassen. Hahaha. So, hier kommen auch nochmal zwei. Ja, hier voll die, äh, Komplettlösung am Start. Wenn man das so oft gespielt hat, ist, das ist normal. Ah, war aber ein bisschen zu langsam. Egal. Du wolltest mir auch ein Kill lassen, sei ehrlich. Ja, klar. Mein Gott, wie viele gibt denn hier? In, äh, einige. Ja, ich meine jetzt nur in dem Hotel hier, da ist ja, der mir bisher vorgesetzt wurde. Äh, das... Ob man sich da draufsetzen kann immer. Nein. Was? Wo? Auf den Kopierer. Ich meine jetzt nur mit... Wolltest du deinen nacken Arsch, nacken Arsch kopieren? Ja, darf man das hier sagen? Ich weiß es nicht. Äh, weiß ich auch jetzt nicht so. Aber so, so in der Art hatte ich das jetzt vor, ja. So. So, ja. Zack. Wie elegant, wie elegant er da runtergesprungen ist, ey. Ja, Karlsau. So, ich werde da mal hier oben, mich hier oben hin verschießen. ich hier oben, da unten. Hi, gib ihn. So, wer möchte den Anstieg machen? Äh, das macht mein, mein Geschütz gerade. Okay. So. Boom. Boom. Ein Dröhnchen habe ich auch noch. Oh. Und da. Ui, Feuerwerk, ja. Ey, da oben ist auch noch Feuerwerk, ne? Das kannst du auch selber zünden. Das war ja natürlich meins, äh, hat das, äh, spielt gleich eine Sternen besser an Bewertung gekriegt. Du kennst das ja, eigentlich stimmt, ne? Ja. Gemustert. Gehen wir, der schießt doch hier noch. Ah, wie so einen nassen Sack habe ich ihn da runter wollte. Dicke. Ui, wow, 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 wow. Oh, oh, da ist der, da ist der, da ist der, da ist der Dicke. Ja, da kommt der Dicke. Einer down. Ah, da ist der Dicke. Boah, ey, wie du 28 abziehst einfach, ne? Ey, wie die sich da runterhangeln, ne? Das ist auch klasse. Ja, das ist richtig geil gemacht. Naja, ein bisschen, äh, unvorteilhaft für die, würde ich sagen, ne? Ja, klar. Aber gut für uns. Ja, das ja. So, hier noch ein bisschen wat. Ja, das war's dann auch schon. Komm so, junge Frau, wir wollen noch Feuerwerk machen hier. Muss ich doch glatt mal nach oben gehen hier. Gab es hier nicht auch noch Kisten? Das denn. So, und zack. Ey, oh, oh, ah. Das war mein. Hier steht auch noch eine. Echt? Aber nicht unbedingt farbenintensiv. Nee. Das ist so ein bisschen lulli, also, ne. Das ist ein bisschen dünn gemacht. Ja, ein bisschen. Ja, dann, äh, wollen wir mal weiter hier, ne? Ja, dann wollen wir mal weiter. Dann geht ja als der Fatze hier heute. Achtung, die Gegner dringen von der Straße ins Gebäude ein. Ah, die nehmen wir hier noch mit, ne? Ach, klar. Genau, hol dir mal Munition. Hammer. Oh nein, ab die Post. jetzt. Dün, 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 dün. Ey, coole Musik, muss ich sagen. Ich fände jetzt so richtige Fahrstuhlmusik viel besser. So richtig friedlich, beruhigend. Die sind im Erdgeschoss. So, Rock'n'Roll. Hoppala. Ich soll grad sagen, äh. Kennst du das, wenn du zu früh startest? Oh. Kaboom. So, auch weg. Langweilt mich. Hast du die Türe schon auf? Nö. Ah, normal kam doch hier mehr, oder? Harte, ich trigger mal. Okay, ich wär jetzt runtergerannt und hätt die aufgemacht. Nur Old School mäßig. Die muss ja auch, die muss ja aufschießen. Mh. Da ist nur einer. So, die Granate kann er jetzt fressen. Ich sag, so ein bisschen was, ne? Ich hab'n Rucksack. Ja. Level ab. Genau. Level 3. Bis bald. Wir haben neues Material. So. Vielleicht hilft, das sie besser zu verstehen. Endlich wieder frische Luft hier. Ja. Das wurde auch Zeit. Wobei die Luft auch nicht besser ist. Ja. Man muss sich das nur einreden. Hä, 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 hä. Ah, da war sein Handy nicht schnell genug, du. Äh, 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 wo ist er denn? Ich such den hier, weißt du? Hä, hä, hä. Der war direkt vor meiner Nase. Ja, ich muss da erstmal meinen Behälter, Feldexperte hier eröffnen, ne. Ach, mach ich gleich. Ja, ja, gleich irgendwann. So, einmal Verbündete da vorne. Nehmen wir. Hepp. Kann ja. Ah, zack. Wie ein Reh. Ja, klar. Na, dann treffen wir uns mal mit der Odessa. Warte, meiner ist schon ein bisschen außer Puste hier. Nein. Ja, ja, meine Figur auch hier. So, aber jetzt nimm mal den direkten Weg. Natürlich. Na, wer ist als erstes oben? Ich, ich. Hat wohl nicht ganz geklappt, war? Ey, wie, wie, wie müssen wir jetzt? Der hat cheatet hier, aber man, das gibt's ja gar nicht. Puhi. Es ist schlimmer denn je, Odessa, wir kommen gerade so über die Runden. Und was soll ich dagegen tun? Hilf uns. Ich helf euch doch. Ich helf euch doch. Nur nicht so, wie du's gern hättest. Wir brauchen dich da draußen. Dein Bein ist kein Hindernis. Darum geht es nicht. Na, bin Frustmolchi. Was? Wir scheitern. Okay. Na, ich muss da ein bisschen auf den Chat achten. Ne, während wir schon mal so Cutszenen haben. Okay. Ja. Ein paar Leute können wir bestimmt entberen. Ich warte draußen. Das ist auch so. Ich sitze bequem, wir können weiter. Ja, ich hab noch fünf Sequenz. Ja, ich auch. Neue Einsätze. Machen wir da mal gleich gucken. Epipura. Ja. Ja, mach irgendwas. Ups, bin mir gewuscht. Äh, machen wir das Jefferson Trade Center. Okay. Ja, ja. Jefferson, was denn Jefferson? Ja. Okay. Haben wir. So. Hast du? Nein. Du, du, Na, kommst du da her? Ja, ja. Wenn nicht, springe ich einfach. Ey, das würde ich lieber lassen. Weil das könnte wehtun. Kann man hier runterfallen? Ich glaube, ich noch gar nicht, oder? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich jetzt auch nicht, aber, also bewusst bin ich da noch nirgendwo runtergefallen. Ich auch noch nicht. Ja, dann wissen wir ja schon, wo wir gleich ausprobieren müssen. War eben so im freien Fall so, boah. Ja. Ohne Netz und doppelten Boden, oder wie war das, ne? Ja, Fallschirm gibt es nicht. Nee. Ach, das Ecke. Ach, nee. Den hatten wir auch schon. Ja. Schön hinter uns. Und dann, gib ihn. Oh, einfach drauf hier. Einfach drauf. Ey, ist der noch verschwunden? Da gibt's doch gar nicht. Was ist er denn jetzt hier? Na? Gut, der ist weggerannt. Den hab ich erledigt. Okay. Kann ja sein können, ne? So. Aha, 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 aha. Üh. Harder. Den hab ich jetzt aus der Seite nicht gesehen. Glaub, meiner ist zu fett zum Rennen, ne? Wer bewegt sich, du? Also, ui. Gut, ich hab auch den Laufmodus drinnen, ne? Also jetzt, den normalen, äh, nicht den normalen, sondern den Rennmodus. Ich muss dafür ja extra mal den Analog-Sick reindrücken. So. Oh. Hi. Bitte, Herr Zivilist. Ja, das ist ein A. Ich weiß gar nicht mehr, wie schlimm das war, du. Was? Das hier. Doch, das Level war schon anspruchsvoll. Aber ich glaub, dieses Aerospace Center war noch schlimmer. Ach, nee. Ja, doch, weil das auf Zeit ging. Auf Zeit kann ich gar nicht, also das ist ekelhaft. Äh, nee, ja, geht gar nichts auf Zeit. Ich wollt grad sagen, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Er hat sich von hinten angeschlichen, der Sack. Ja, ja, ich hab's gemerkt. So, Ablenkung und drauf. Na nun, schieb doch. Der ist auch weg. So, auch weg. Uiuiuiuiuiui. Und sonst, wie war dein Tag heute? Anstrengend. Ich hab noch erst überlegt, äh, komm, ne, verschiebst dann vielleicht doch nochmal, aber, ne, äh, bisschen Shootern geht ja. Ja, also, für, für, für Aufgaben im Horrorbereich, wenn ich heute, äh, alles, wo du nachdenken musst, ist heute schlecht. Ja. Ah, da oben, guck mal. Einfach Gehirn ausschalten und losleden. einfach, einfach mal drauf. Genau. Oha. Also, ein bisschen was wünsche ich mir, die alten Waffen wieder, die ich hatte. Echt? Ich sag ja, ich hab, äh, auf dem Großen habe ich eine Waffe, unendliche Munition. Das ist immer gut. Und, ähm, in Rot. Also, das war, das ist, also die Waffe ist echt, wert, wertvoll. Ja, ich hatte da zwei Waffen nochmal, das ging gar nicht mehr. Also, da warst du King of Currywurst. Und was hab ich jetzt hier? Oh, oh. Ja, das ist, das ist der Nachteil, wenn du nochmal von vorne anfängst. Ey, hau. Sag mal, er versteckt sich hinter der Blume, du. Ja, und ich treff nicht. Ja. Köpfchen. Na? So. Einmal. Einmal. Dann kommt noch einer. So. Down, down, down. Ey. Da oben. Hat er. Oh, hier drin ist eine Kiste. So spät, ich bin schon ein weiteres. Ja, war aber ein schickes Holz da drin, du. Bam. Da kommt irgendwo. Da liegt auf jeden Fall eine Nachricht vorne, das sehe ich schon mal. Ne, also. Loot ist da. Ja, eine Nachricht. Wie so eine Piep, piep, piep. Ach so. Ja. Das ist ja, Loot kann ich ja aus fünf Kilometern Entfernung riechen. Hahaha. Kam hier nicht auch irgend so ein Irrer? Ein was? Irgend so ein Irrer? Ja, also. Äh, nee. Nicht stimmt, hier kamen die ersten Autos, ne? Äh, ja. Oh. Jetzt mal ein Helm getragen, Was? Ich bin am Arsch. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Ey. Schön von hinten angegriffen. Ich kommentiere diesen Satz jetzt nicht. Ja, besser ist es. Ich glaube, der ist, glaube ich, nicht ganz jungfrei, denke ich mal. Ne, ich meine, doppeldeutig geht, glaube ich, auf Twitch. Also das ist kein Problem. Hast du Munition? Ja, ja, ja. Aber wenn nicht, hau ich mit der Hand drauf. Siehst du, man kann ja nicht runtergehen, einfach. Wenn er zu hoch ist, dann sagt er, äh, äh, ich tu mir weh. Dann wollen wir mal loslegen. Oh, hier geht's da. Äh, nee, Tasche. Egal. Er rennt hier vorbei, du. Ach, nö, ja, ja, ich, oh. Okay. Houston, we have signal. Ja. Ja, dunkle Erinnerung. Keine schönen. Ja, das ist. Bist du? Ah ja, war nur Komponenten. Okay. Alles wertvoll. Ja, schon. Aber ich muss sagen, ich hab bei der Werkbank und so nachher irgendwann nicht mehr durchgeblickt. Ich auch nicht. Äh, da blick ich vorne und hinten nicht durch. da wurde dann doch die Dinger verbessern konntest und ach, nee. Da sollte ein Terminal sein, mit dem sie den Knoten reagieren. Ah, so Terminal. Ja. Ah, Koffer. Ja, ja, mach du den. Ja, das ist ja das erste, was ich mache, weil das ist ja. Ach. Ja, wir warten. Kommt da nicht welche? Nein. Toll. Warte mal später. Hast du die Kiste auch mitgenommen? Ja. Munition. Warte. So. Oh, warte. Haben wir noch ein Problem mit der Steuerung hier. Tipp, tipp, tipp. So, Kiste. Nehmen wir. Ich weiß nicht, wie viele Handschuhe ich jetzt habe, aber der nächste Winter kann kommen. Rechte, also. Du links, dich rechts. Äh, ja. Okay. Wobei, ich versuche gerade... Ich stehe wohl auch ein bisschen scheiße. Alles ruhig. so. Ja, bumm. Ey. Du, da will einer den Wagen klauen. Ja, ja. Alles okay bei mir? Ja, ja, alles gut. Wo? Ach, da bist du. Okay. Ah, da aiming Monster ist wieder zurück hier, da. Ja, klar. So. Warte, Hilfe. Warte, angeschlagen. Wo? Ey, ich habe eine Granate geworfen mit Erfolg. Ja, ist gut. Äh, wo bist du da? Achso, ich dachte, du liest am Boden. Nein, nein. So. Ey, das gibt es doch gar nicht. Ey, ein Millimeter hat der da noch. Alter. So, Granate. Boom. Also, ich kann sie werfen, nur platzieren kann ich sie nicht. Auto. Da müssen irgendwo noch zwei Gegner sein. in der Essensausgabe hier. Ich muss noch aufpassen. Ich habe... Der muss irgendwo hier hinten sein. Ich suche. Aufpassen. Ist das Auto. Alles klar. Passt du? Ja. Jo. Und mal weiter. Ja. Ja. Da oben ist doch noch eine Giste. Echt? Ach, Schlüssel, ja. Ne. Ach, die Herr Jäder. Ja. Hey, Leute. Noch bin ich gesprächsbereit. Aber entscheidet euch schnell. Ich weiß nicht, wie viel er noch aushält. Aber du lootest im Vorbeigehen, oder? Kann das sein? Ja. Konzentrieren Sie sich. Nicht schlecht. Ich sage doch, das ist die Erfahrungssache mittlerweile bei mir. So. Oh, ne. Ja. Ach, ne. Oh, ist doch lustig. Ja, ja, ja. Warte, ich werfe mal einen rein hier. Zack. Erstmal bist du Verwirrung stiften. Ja, klar. Kein Mensch weiß, wer mehr verwirrt ist, die Gegner oder wir. Eieie. Oh, einer da. Mann, ist aber eine scheiß Position hier, Ja. Ui. Warte. So, jetzt kommen von da oben welche. Oh, da ist wieder ein dicker. Ach, da. Nur da muss ich mich jetzt. Wow, 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 krieg ich hier. Oh, so. Noch einer weg. Zwei weg. So, jetzt haben wir nur noch den dicken hier hinten. Ah, ne, 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 Hey, zwei. Oh, einer weg. Jawoy. So. Warte, ich muss mal eben die Drohne wieder einpacken hier. So. Er hat nichts fallen lassen. Das gibt's ja gar nicht. Bei mir hat er was fallen gelassen. Nö. Pfui. Warte, totale Verwirrung hier. Hier ist er. Hat er. Ja, ich folg dir einfach nur noch. Du bist ja hier, also, also, wenn du jede Kiste auswendig gehst, dann ist er. So. Ah, gehst du da? Ja, ja. Ja, da rennt er dann vorbei. Ne, wenn du auf, äh, wenn du einsammelst, dann krieg ich die mit dazu. Okay. So. Kein Lebenszeichen bei Agent. Er hätte hier nicht sterben müssen. Ich kann mal gucken, wo bist du? Da, da kann ich dich platzieren. So, down. auch down. Ey, ich treffe ja heute sogar, was du. Ja, mag man nicht glauben, ne? Ne. Teilweise genug viel. Halt mir mal den Rücken frei, ich gehe runter. Ja, sagst du so leicht. Da oben steht wieder einer. Du schaffst das. Ich seh den da oben nicht so gut. Kleinen Sack da. Ja, deswegen, deswegen bin ich ja jetzt hier oben. Ah, Das klingt nach einem Plan. Ich bin auf Kisten geklettert, die nirgendwo hinführen. Das ist ja. Passiert. Man nannte ihn den Held. So, hab ich noch irgendwo eine Kiste übersehen? Äh, nein. Gut. So, jetzt wird's interessant. Halt. Oh, warte, der Metalldetektor steht bei mir an. Ich muss noch mal zurück. Bip, 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 bip. Tragen sie Waffen bei sich? Nein. Nein. Nur jede Menge Munition. Die Pumpgun auf den Rücken. Oh, ja, oh, ja, ja, ja. Äh, nee, da lass. Ah, sonst hatte ich da immer so ein richtig schönes Sniper, womit ich die da hinten fertig machen konnte, weißt du? Oh, das elektronische Gerät erkannt. Äh, Mama. So kämpfe wie ein Mann. Mama. Ach, der rennt auch weg. Was ist das denn? Der hat Angst vor uns. Er ist besser gepanzert wie wir, ne? Äh, ich möchte ja eigentlich nicht den Pack nehmen, aber... Oh, Lenzgranate? Ach, nö. Oh, ich habe es sogar noch in die Ecke geschafft. Um nicht getroffen. Wo ist dieses, diese Sau? Nimm mal ein Medi-Pack. Mein Gott. Ey, die triffst du gar nicht. Doch. Ja, aber schwer. Komme ich hier links lang, ja, ne? Lass uns die mal einkesseln. Ich glaube, wahrscheinlich nur auf einen schießen können, ne? Der, die das... Bäm! Oh. Ich sehe nichts. Das ist ganz schlecht. Habe ich sie erwischt? Ne, ich wollte gerade sagen, ich habe es erwischt, aber... Jetzt die Coyote. Ja, ist doch überhaupt kein Problem hier. Da gehen wir einfach drauf, gehen wir da. Ja, klar. So. Was haben wir denn? Ach, da schwitze ich jetzt aber schon ein bisschen. Ja, da kommt man schön ins Schwitzen rein. Ja, ja. Aber mussten wir nicht auch irgendwie außenposten, und so was alles einnehmen? Ja. Irgendwann war doch hier, ne? Äh, nee. Wo bist denn jetzt schon wieder? Da. Hier rechts, äh, links. Ah? Aber du musstest doch irgendwie, äh, die Posten mit Nahrung und so was versorgen, ne? Au, au, au! Äh? Boah. Der hat auf mich geschossen. So, weiter. Genau. Jetzt machen wir auch schnell Reise. Ja, machen wir auch schnell Reise. Und zwar, wo ist das Haus, ne? Richtig. Machen wir. Mein Kaffee ist auch schon fast leer. Ja, der Zug fährt. Ja, mein Kaffee auch. Ich hab heute ne scheiß Tour hinter mir. Heute serviert den brauner Flasche der Kaffee. Von Kassel aus bin ich nach Braunschweig hochgefahren und von Braunschweig aus musste ich wieder zurückfahren. Und genau Göttingen, Nord auf der A7 Richtung Süden. Joa, was passiert? Vollsperrung. Joa, ist ja im Moment Standard, oder? Im Moment ist es schlimm. Ja. Heißt also von der Autobahn runter, um den Gegerungsbereich gefahren. Und zwei Stunden später zu Hause. Normalerweise hatte ich eigentlich vorgehabt, heute Mittag schon zu Hause zu sein. Aber da hat die Firma, wo ich geladen habe, mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fast vier Stunden Wartezeit gehabt. Oh. Ja. Ich hab so gekotzt. Blauen Rucksack hab ich sogar schon gefunden. So, ab zum Quartiermeister. Puh, das ist jetzt alles nicht. Ja, dann machen wir es doch. Ah, jetzt. Jetzt kommen wir doch der Sache näher. Oh, Teil. Guck mal. Ich nehm die Suchermine. Ja, ich, ich, ja. Ja, verteilen, ja, ja. Hey, die mit ihren Tutorials hier, ne? So, erstmal Inventar erhöhen. Das ist das Wichtigste für alle, die, ne? Die viel Scheiße sammeln. Ja, das kannst du ja machen. Ich hab jetzt meine... Ja, ja, ja. Suchermine nehme ich auch. Wie ist Gold wert? Vorteil, äh... Weil ich grad... Klassen haben wir den schönem. Ah, wir nehmen Klassen. So, haben wir auch. Hatte ich jetzt noch einen Vorteil? Tatsache, ein können wir noch. Äh, ich bin grad auch am gucken, äh, was haben wir denn? Inventar? Oder machen wir... Genau, ne, wir machen Inventar. Ja, wenn sie genug Ressourcen, andere Kontrollpunkte spenden, wird für 10 Minuten bla bla bla. Ja, das ist, ist Standard. Ein Mikroreflex. Ah, mehr Magazin. Mehr Magazin ist immer gut. Ja, ja. Wer nicht schießen kann, braucht viel Munition. Ich habe das... Das stimmt. So, erstmal gucken, was ich von den Kisten hier gekriegt hab. Jetzt muss ich grad mal selber erstmal was gucken. War die nicht immer sonst unter Postfach? Ha? Ach da, ne. So, Behälter, Stufe 4. Nein, Holster. So, und Stufe 3. Handschüchen. Ja, guck mal. Einen Moment. So, ich werd mich jetzt erstmal ausrüsten. Äh, Maske, Stufe 2. Rüstung, ja. Sieht gut aus. Äh. Ist ja egal, welchen wir da nehmen. So, warte mal den hier. Nehmen wir den. Schutzweste. Hm, hm, hm. Wieso kann ich jetzt? Hm. Ui. 706er Rüstung? Jetzt schon? Was? 706? Jo. Du musst auf die Stufe mal achten. Ja, das war Stufe 4. Okay. Also schon, sind wir ja auch gerade. Ne, ich hab noch Grösche, Glinte, oh, weiß. 19, so, ja, so langsam, äh, Handschüchen noch dazu. Ne, Handschüchen haben wir. Brauchen wir nicht. So, den Rest kann er hier gleich eigentlich alles, äh, käuflich erwerben bei mir. Ne, das ist ja auch mal nicht. Ach, ne. Hm. Hm. Ich bin gerade am aussuchen, welche Knarre ich denn jetzt nehme. Ja. 111. KM. Dann, 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 dann. Ach, wenn du so viel Auswahl hast, ne, das ist doch. Ja, ja. Gut, dann, dann nehmen wir halt eine Militärversion, ne. 880. 800 Schuss, die, nee, komm. Das muss reichen. So, zweite Knarre. Ähm. Hop, hop, hop. Da können wir die schnellen. So, dann habe ich noch die Billow-Hand-Waffe. Dann nehmen wir auch die bessere. Ja. So, das haben wir ab jetzt. Haben wir eigentlich quasi schon durchgespielt. Ja. Ein Teil erstmal, weil das ist ja eine riesengroße Sache. Ja, ja, das ist, äh. Man wird sich öfter sehen am Freitag. Ja. Also, ich habe keine Probleme damit. Oder Samstag, je nachdem. Ja. Wir kündigen uns das ja auf unserer Facebook-Seite an. Genau. Oh, da bist du. Oh, hier bin ich, ja. Ah, ah, verkaufen. Boah. Express-Ball, manche. Komm weg. Genau sowas habe ich gesucht. Komm weg. Also, ein, zwei Aufgaben haben wir noch. Ja. Kam ich denn jetzt hier? Ah, da. Fortschritt im Metall. Drohne. Mine. Handgranätchen. Ja, nee, haben wir alles. Das ist, äh, mhm. Ja, ich habe auch jetzt so meine Einstellung, gemacht. Ah, Sammelobjekte lohnt sich noch nicht reinzugucken. Nee. Okay. Ich gehe erstmal wieder an die frische Luft hier. Ja. Ah, guck. Bin zu stickig da drin.